Willkommen zu den heutigen Vibi-News. Wir sehen ein weiteres Star Wars Collectable auf der Vibi-App. Unter anderem ist Payout jetzt schon wieder da. Außerdem gab es einen Exploit bei Vibi. Das und noch sehr viel mehr. Schauen wir uns heute in diesem Video an. Willkommen auf Worte. Ich bin es, dein Captain, dein Vibi-Ujimi. Den wichtigsten Vibi-News, die du auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Deswegen unbedingt Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auf jeden Fall auch kein weiteres Video mehr. Und heute gibt es auf jeden Fall eine Menge, Menge Infos. Deswegen würde ich auch direkt sagen, starten wir in das Video rein. Bevor das ganze Video startet, möchte ich erstmal Danke sagen, denn wir haben die 100.000 Views auf diesem Channel geknackt. Vielen Dank auf jeden Fall jedem Einzelnen, der hier aktiv oder auch ab und zu mal meine Videos schaut. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle auch ins Video direkt rein mit dem nächsten Collectable-Job. Und zwar nehme ich dem Speeder-Bike, das wir auch, wie wir sehen werden, als Collectable. Und das tatsächlich auch schon relativ bald. Und zwar nämlich am Freitag um 17.00 Uhr Zeit. Das ganze Collectable werden wir hier tatsächlich auch als einzelnes Collectable sehen. Unter anderem nicht animiert und auch kein Sound und so weiter und so fort. Wir sehen das Ganze hier als Ultra-Rap. Wir sehen das Ganze unter anderem hier mit einem Listenpreis von gerade mal 40 Gems. Was meiner Meinung nach wirklich sehr in Ordnung ist. Außerdem sehen wir hier eine Editionzahl von 2742 Stück und das Ganze natürlich als First Edition. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr interessanter Job. Ich persönlich gehe jedenfalls davon aus, dass wir hier auf jeden Fall in Zukunft auch Collectables drauf platzieren können. Unter anderem das natürlich auch im Video, wie wir es nutzen können. Ich persönlich stelle mir da zum Beispiel einfach Speeder-Rennen vor, die man damit fahren kann. Das ist aber natürlich reine Spekulation von meiner Seite ganz klar an dieser Stelle. Unter anderem haben wir tatsächlich auch dazu noch einen Kommentar von David Yu bekommen, den ich persönlich jedenfalls sehr interessant fand. Und zwar schreibt er mir hier Calling All Scout and Stormtroopers. Und ich persönlich gehe jedenfalls davon aus, dass das hier ein Hinweis sein könnte, dass wir tatsächlich hier auch in den kommenden Wochen Stormtroopers bzw. Scouts auf der VW App sehen könnten. Das ist natürlich aber auch wieder nur reine Spekulation, dass man die eventuell dann vielleicht auch damit interagieren lassen kann, wie es zum Beispiel beim X-Wing und auch R2-D2 ist, dass man das tatsächlich auch kombinieren kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das gleiche hier dann auch passieren wird mit Stormtroopers und dem Speeder-Bike. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde dich natürlich dazu aber auf dem Laufenden halten. Schreib mir auf jeden Fall auch sehr gerne deine Meinung und auch Gedanken dazu unten in die Kommentare. Ansonsten noch eine kurze Ankündigung und zwar nämlich für den Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit. Dort werde ich nämlich wieder live sein mit dem guten Vivi-Wersen bzw. a.k.a. Frank. Hier werden wir unter anderem auf das nächste Vivi-Deutschland-Community-Treffen eingehen. Was du auf jeden Fall alles wissen musst, schauen wir uns auf jeden Fall dort noch mal genauer an. Darum gehen wir noch viele andere Themen ein. Deswegen das auf jeden Fall am Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit nicht verpassen. Ansonsten Payout ist nun endlich doch wieder da und ich lag gar nicht so falsch mit meiner Prediction, dass wir es Mitte August sehen werden. Ja und nun ist es endlich soweit. Das Payout ist nun endlich wieder für alle Leute geöffnet und dementsprechend für alle Leute, die auszahlen wollen, können das Ganze jetzt machen. Ich werde euch hier unter dem i auf jeden Fall auch noch mal ein Video dazu verlinken, wie ihr das Ganze machen könnt und wie diese gesamte Prozedur abläuft. Was ihr dazu wissen müsst, etc. Als nächstes kommen wir zu einem ja sehr besorgniserregenden Thema und zwar nämlich einem Exploit bei Vivi von Collectibles mehr oder weniger. Und zwar geht es hier nämlich darum, dass anscheinend Bots nach dem Rebound hier noch Collectibles minden konnten. An dieser Stelle hat der gute Vivi-Meister das einmal rausgesucht und zwar hier We have five minted from one single account. Also es wurden insgesamt fünf Collectibles geminted von einem einzigen Account, was irgendwie erstmal an sich schon suspekt ist. Und wenn man sich das Ganze hier auf jeden Fall nochmal anschaut, sieht man das Ganze auch. Es war auf jeden Fall nach der Dropzeit unter anderem. Das heißt, irgendwie wurde hier ein Weg gefunden, Collectibles zu minden, obwohl gar nicht mehr der Drop stattfand. Diese Sicherheitslücke ist meiner Meinung nach wirklich sehr besorgniserregend. Fehler können passieren, definitiv, aber meiner Meinung nach sollten Fehler bei so etwas eigentlich nicht passieren. Weswegen ich persönlich da an dieser Stelle auch wirklich ein bisschen verärgert bin. Ich hoffe, dass wir an dieser Stelle hier nochmal eine Erklärung von Mitch in einer der nächsten AMAs bekommen werden. Denn sowas ist meiner Meinung nach ein absolutes No-Go. Wenn hier einfach Collectibles geminted werden können von irgendwelchen Bots über die App, wo man wirklich sagen muss, eigentlich gibt es ja einen festen Supply, der sozusagen nicht überschritten werden darf. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht gerade momentan, ob diese Supply damit überschritten wurde oder wo diese Collectibles dann plötzlich herkamen. Es ist aber meiner Meinung nach trotzdem auf jeden Fall sehr besorgniserregend, dass das hier überhaupt möglich war. Ihr könnt auf jeden Fall mal sehr gerne eure Meinung und auch Gedanken unten in die Kommentare schreiben zu diesem gesamten Thema. Als nächstes kommen wir zum Omikurs und hier sieht es auch tatsächlich sehr, sehr gut aus. Wir sind auch hier, wie man gerade sieht, knapp 5% im Plus in den letzten 24 Stunden. Und wir kommen jetzt tatsächlich auch hier den 2-0 immer näher. Und wenn wir uns das Ganze jetzt auch noch auf dem Chart anschauen, dann sieht man tatsächlich auch hier eine sehr positive Entwicklung. Ich habe tatsächlich auch schon hier mir mehr oder weniger gedacht, dass das Ganze hier dann auch weiter hochgehen wird. Wir haben eine sehr schöne Entwicklung gesehen. Und ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass das nächste Level, was wir anperlen werden, hier in etwa in diesem Bereich liegen wird, bei in etwa den 2-0 und 1. Und ich bin mal sehr gespannt, ob ich damit recht behalte. Aber momentan sieht es tatsächlich sehr, sehr gut aus. Es gab hier den LMX-Exploit, wo auch sehr, sehr viele Omis geklaut wurden. Ich glaube, über 200 Millionen Omitoken, die hier geklaut wurden. Da gab es auch einen relativ starken Abverkauf hier, wie man gesehen hat. Das waren in etwa, ja, so 5-10%, die es auf jeden Fall hier runtergegangen sind. Ja, wie man sieht, 11% ist es hier runtergegangen. Jetzt sieht man aber auch auf jeden Fall, dass hier die Power nach oben da ist. Wir sehen jetzt, 4 Stunden ist auf jeden Fall hier die Candle noch am Start. Sollte die Candle sich hier rüber halten, über diesem grünen Bereich, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass wir hier dann die weiteren Level weiter oben sehen werden. Ich persönlich kaufe momentan nicht nach. Ich werde definitiv auf eine weitere Korrektur erstmal warten. Und ansonsten kommen wir noch zu einer der letzten Jobs, die wir gesehen haben. Und zwar nämlich den Tatsang-Comic. Ich habe es zwar jetzt in keinem letzten Video angesprochen, ich wollte es aber noch auf jeden Fall ganz kurz nochmal behandelt haben, da ich ehrlich gesagt keine Zeit gefunden habe, hier ein Video zu machen. Und ja, für dieses Comic ehrlich gesagt auch jetzt nicht so die Wichtigkeit empfunden habe, euch das vorzustellen, weil es einfach nicht wirklich relevant ist. Tatsang of Apes, Hashtag 213 war das Ganze. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare, wie auch Ultra-Cover. Wir haben schon in der Vergangenheit viele Tatsang-Comics gesehen. Die sind allgemein sehr, sehr schlecht gelaufen. Wir hatten auch tatsächlich hin und eine Editionzahl von gerade mal 3.500 Stück und einen Listenpreis von gerade mal 7 Gems. Ja, ist tatsächlich relativ basic. Wenn wir uns aber auch zum Beispiel auch hier die Zahlen mal auf Go-Collect selber anschauen, dann sieht man eigentlich relativ schnell, wir haben hier gerade mal bei einer 9.8, ja, eine Durchschnitts-Sale von 175 Dollar. Also wir sprechen jetzt hier von keinem Mega-Gray-Comic. Deswegen habe ich es auch nicht vorgestellt, weil es einfach, ja, A, sich nicht gelohnt hat, ein Video dazu zu machen und B, es einfach nicht so relevant ist. Und man ist im Endeffekt tatsächlich deutlich günstiger jetzt auf dem Marketplace bekommen kann, wenn man das Ganze wirklich haben möchte. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen, wichtigen News, die du da draußen auf jeden Fall wissen solltest. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne auf jeden Fall ein Like. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.